Bringt uns zum Tagesordnungspunkt 20, den sollten wir heute unbedingt noch behandeln. Der hat ein einstimmiges Ausschussvotum, ist aber wichtig, damit wir entsprechend rechtzeitig die Fördermittel beantragen können. Deswegen bitte ich auch ein bisschen zu überlegen, ob alle Wortmeldungen nötig sind und frage mal, wer möchte sprechen. Frau Krause, bitteschön. Ich möchte es gleich hier vom Platz machen. Ich möchte beantragen, dass wir den Punkt 7 einzeln abstimmen. Den Punkt 7 separat, okay. So, weitere Wortmeldungen. Das kann ich nicht sehen. Dann würde ich den federführenden Ausschussbericht hernehmen. Und mal fragen, wer den Punkten 1 bis 6 die Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. 64, ja, keine Nein, keine Enthaltung. Damit wäre das so beschlossen. Und dann ist der Punkt 7 noch zu behandeln. Wer diesen Punkt 7 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. 44, ja, 21, Nein, keine Enthaltung. Damit wäre der Tagesordnungspunkt 20 geschafft. Und um ganz ehrlich zu sein, die nächsten beiden sollten im Paket behandelt werden. Wir haben es jetzt fünf Minuten um zehn. Ich würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle die Sitzung schließen. Und wir wünschen Ihnen einen guten Nachhauseweg. Vielen Dank.